Der Typ war mit meiner Frau in deinem Bett! Hast du dich je gefragt, wie es ist, mit einer reichen, schönen Frau verheiratet zu sein? Ganz genau, jeder will sie dir wegnehmen. Oh, das beruhigt mich gerade ungemein. Der einzige Grund, warum ihr noch zusammen seid, ist, weil Kim dich liebt, okay? Es war nur ein Kuss. Emilio, es tut mir so leid. Nur ein Kuss? Ich habe Ihnen schon tausendmal gesagt, Sie sollen die Finger von meiner Frau lassen. Aber vielleicht ist es mein Fehler und ich rede einfach zu dir. Ich habe doch nicht jahrelang studiert, dass ich jetzt den Lakaien von Elisabeth von Lahnstein mache. Entschuldigung, wie sieht das denn aus, wenn wir zusammen auf die Toilette gehen? Das weiß ich nicht, aber ich kann dich nicht allein gehen lassen. Fünf Minuten, Frank. Bitte. Wie geht's dir, meine Schöne? Ach so, all das, was willst du? Das, was ich immer wollte. Dich.